Herzlich Willkommen beim Neumondhoroskop des Monats Juni. Ich bin Oliver Ehreni, Astrologe und medialer Energetiker aus dem wunderschönen Linz und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Der Neumond findet ja im Juni im Zeichen Zwillinge statt. Und Zwillinge ist ja das Zeichen für Intellekt, für Kommunikation. Da wacht alles auf. Die Neugier treibt uns ein bisschen aus dem eigenen Revier, das ja bezeichnend für den Stier ist. Ein bisschen raus. Wir erforschen, erkunden die nähere Umgebung. Kleinere Reisen stehen an. Alles steht ein bisschen auf Erforschen. Als Bild für den Zwilling kann man sich das Kleinkind vorstellen, das das Gen gerade gelernt hat und jetzt beginnt eigentlich alles im Umfeld zu erforschen. Das kann jetzt dann schon Laden aufmachen, alles anfassen in den Mund nehmen, was es zwischen die Finger kriegt. Und das ist eigentlich so das Symbol für den Zwilling. Und da findet eben im Juni der Neumond statt. Um ganz genau zu sein, am 10.6. findet dieser Neumond statt. Ja, und dann schauen wir uns mal das Neumondhoroskop an, das ja so bezeichnend dafür steht, was sich so, was wir dieses Monat erwarten können. Und da werden wir jetzt gleich mal gemeinsam reinschauen. Man sieht jetzt oben, wie gesagt, die Häuser zielen beim Neumondhoroskop jetzt nicht. Aber man sieht oben auf jeden Fall da die Sonne und den Mond im Zwilling. Das ist so dieser gelbe Zweier. Und da sieht man ja schon ein ziemliches Bündel am Planeten. Und dieser Neumond findet, wie gesagt, im Zwilling statt und mit einer Konjunktion von Merkur. Das heißt, der Merkur selber ist auch im Zwilling und hat eine Konjunktion mit dem Mond. Und der Merkur ist sogar noch rückläufig dazu. Das heißt, rückläufiger Merkur ist ja so eine Geschichte. Vielleicht hast du das mal gehört. Ich werde mal ein Video darüber machen. Aber beim rückläufigen Merkur soll man ja aufpassen mit Verträgen oder wenn man Maschinen betätigt. Man soll einfach da nicht zu langfristige Verträge abschließen, weil das oft einmal zu Verwicklungen kommen kann. Weil durch die Rückläufigkeit, also Merkur ist so der Intellekt, die Kommunikation, der Ausdruck, da kommt es eben oft zu Missverständnissen und so ein bisschen verwurschte Laien oder Fehlbestellungen. Also das kann bei Merkur rückläufig einfach sein. Und der hat eben jetzt eine Konjunktion zusammen mit dem Mond und mit der Sonne, da im Zeichen Zwilling. Aber grundsätzlich wäre das so der Aufruf, dass es eigentlich, wie ich schon gesagt habe, ein bisschen aufgeht, neugieriger wird und auch eben offener wird alles. Also alles zeigt eigentlich, dass der Frühling in den Sommer übergeht und dass es einfach wirklich jetzt dann langsam aber sicher alles offener wird und wir mehr Freiheiten auch bekommen. Aber, und jetzt kommt wieder mein bekanntes Aber, wie gesagt, durch den rückläufigen Merkur in der Konjunktion kann das noch gebremster sein, kann das noch schaumgebremster sein, als es vielleicht scheint. Und wir haben auch noch ein paar interessante Konstellationen drauf auf Sonne, Mond und Merkur. Und zwar ist da der Neptun drauf. Und der Neptun steht ja in Fische. Der ist jetzt da so sichtbar bei dem Siebener. Also da beim Siebener ist so dieser violette Planet, das ist so der Neptun. Und der macht da ein Quadrat drauf auf Sonne, Mond und Merkur. Und der wiegt eigentlich jetzt alles so ein bisschen, also der dämpft das alles ein bisschen rein. Also der Neptun, kann man sich vorstellen, das ist ein sehr milder, sehr aufweichender Planet. Wenn du jetzt so Neptun und Merkur hast, dann kann es auch sein, dass man eben so, ja, sich nicht genau ausdrücken kann oder mit dem Denken ein bisschen ums Eck denkt oder langsamer ist oder sich ein bisschen härter tut, auch mit dem Denken zum Beispiel. Also das ist so Neptun. Und wenn der auf der Sonne und auf dem Mond auch noch ist, dann ist das auf der einen Seite. Der Mond ist natürlich unser Gefühl. Und wenn da der Neptun draufkommt auf dem Mond, dann ist das natürlich so tiefes Träumen und eigentlich so eine tiefe Sehnsucht, die da auch geweckt wird. Auf der einen Seite. Oder auch man spürt etwas nicht so gut. Es ist das Gefühl ein bisschen gedämpfter. Und der Neptun ist auch auf der Sonne drauf. Das bedeutet auch, dass die Lebensenergie ein bisschen, ja, ein bisschen gedämpfter ist, ein bisschen milder ist und ein bisschen, ja, einfach ein bisschen weicher alles ist. Alles ein bisschen eingeweicht. Und ich würde das allerdings auch so interpretieren, dass Neptun ist auch ein bisschen so das nicht ganz Ehrliche, das Träumerische. Und ich würde das fast interpretieren, dass diese ganzen Öffnungen oder dass etwas leichter wird, fast auch ein bisschen ein Traum, eine Illusion ist, dass das alles noch ein bisschen eingedämpft ist. Wir sind ja gerade in einem großen Auf und Ab der Phasen. Also wir sind ja noch lange nicht durch diese ganzen Krisengeschichten durch, durch diese ganzen Umbrüche, sondern wir sind da mittendrin und da geht es mal rauf, mal runter. Aber grundsätzlich wäre das für mich so ein Zeichen, dass eben diese ganzen Tendenzen noch nicht so offen sind, wie es vielleicht zuerst scheint. Und dass sich da ein bisschen was verbirgt und ein bisschen was dahinter ist, wo man sagt, okay, vielleicht ist alles noch nicht ganz so echt, wie es sich jetzt auf den ersten Blick hin gestalten mag. Was haben wir noch drauf? Wir haben die Venus im Krebs stehen und das heißt einfach auch, es ist trotzdem so dieses Wohlfühlen im eigenen Heim so ein bisschen in sich gekehrt. Da sollte man sich dann wohlfühlen und da sollte man einfach schauen, dass man vielleicht auch nicht allzu sehr rausgeht. Auch wenn dieser Drang dann da ist, also dieses Reisen und so da ist, da sollte man vielleicht ein bisschen noch bei sich bleiben, ein bisschen in den eigenen vier Wänden bleiben und da auch dann das Glück suchen. Und auch schauen, und das ist der zweite interessante Punkt, der da drinnen ist im Krebs, wenn du dir das anschaust, das grüne da ist die Venus, das ist so diesen, also 69 ist der Krebs, das ist so bei 10, 11 umfasst das das Zeichen Krebs. Da haben wir die Venus und den Mars gerade noch drinnen stehen. Der Mars steht so knapp noch im Krebs, noch nicht ganz im Löwen drinnen. Und das ist eigentlich so eben, wie gesagt, das Gefühl, das Heim oder auch das Gasthaus auch. Also Krebs ist genauso dort, wo du versorgt wirst, dort wo du Essen kriegst. Das ist genauso die Mama und das Kind und das Gasthaus eben auch dann der Krebs. Da ist jetzt so der Mars auch mit drinnen noch gerade. Und der Mars hat eine Opposition zum Pluto. Das heißt, Pluto-Mars-Opposition ist in diesem Neumond-Horoskop drinnen. Und das ist natürlich schon ein Zeichen auch für einen gewissen Stress und eine, ich möchte jetzt nicht Gewalt sagen, aber eine gewisse, also eine sehr große Unruhe sogar. Also wenn der Pluto da draufkommt auf den Mars und der ist im Gefühl auch noch drauf, dann ist das auch so ein Zeichen für Gewalt, für eine Anspannung, aber auch für großen Stress. Und eigentlich wäre das so der Aufruf, steh zu deinen Gefühlen, schau, was du fühlst, was für dich stimmig ist und was für dich passend ist. Das ist natürlich auch diese Zeit, wo Femizid diskutiert wird, diese ganzen Frauenmorde und so aufkommen. Ist das natürlich noch eine bedenkliche Konstellation, dieser Pluto-Mars. Und da kann ich auch nur sagen, aufs Gefühl achten und hören. Und wenn man unruhig ist oder wenn man schon eher nervös ist, dem mal nachgehen und schauen, was macht mich denn da nervös, was kann ich denn tun, dass sich vielleicht diese Nervosität löst. Also das ist auf jeden Fall ein Thema in diesem Horoskop mit drinnen. Aber noch ein wichtiges Thema, dieses Pluto auf dem Mars auch noch einmal, und der Mars ist ein bisschen so zwischen, ich zähle ihn jetzt noch zum Krebs dazu, er steht eigentlich zwischen Löwe und Krebs, aber ein wichtiges Thema von Pluto ist natürlich die Macht und die Unmacht. Und da geht es dann auch ganz groß dieses Monat darum, dass wir eben auch eine Macht über unsere Emotionen, dass wir die da auch zügeln können. Und ganz besonders würde ich das auch noch einmal in Verbindung mit dem Mars so interpretieren, dass ich sage, wer ist wirklich verantwortlich für meinen Zorn, für meinen Ärger, für meinen Stress? Ist das wirklich jemand im Außen oder bin ich das vielleicht selber, weil da etwas getriggert wird? Und ich verrate da, glaube ich, ein offenes Geheimnis oder nicht allzu viel, wenn ich sage, natürlich liegt es an dir und prüfe das auch bei dir. Wenn du genervt bist, schieb es nicht nach außen, finde nicht den Missetäter im Außen, sondern geh zu dir und geh in deine Kraft und lass dich von außen nicht ärgern, lass dir von außen nicht die Macht nehmen und die Schneid abkaufen. Das ist der ganz wichtige Aspekt noch von diesem Pluto-Mars-Thema. Und der Pluto strahlt ja auch trotzdem auf Sonne, auf Mond hin. Und da geht es eben darum, löse emotionale Fixierungen, löse dich aus diesen Vorstellungsbildern raus, aus allem, was dich festhält, wo du glaubst, dass es so ist. Vorurteile, die gehören da einfach ganz stark gelöst und auch transformiert und schau, dass du alleine die Kontrolle beziehungsweise auch, dass du dir bewusst machst, dass niemand dich ärgert absichtlich, sondern dass das, wenn eine Unruhe kommt, wenn eine Genervtheit kommt, wenn ein Stress kommt, dass der aus dir selber rauskommt. Ein gutes Beispiel wäre da zum Beispiel in einer Familie, in einer Beziehung drinnen. Wenn du das Gefühl hast, der Partner nervt immer mit irgendetwas oder baut irgendwie Druck auf, dann klär das einmal mit dir selber. Bist du hundertprozentig ehrlich zu deinen Gefühlen? Bist du da ganz klar und übernimmst da auch klar die Verantwortung für deine eigenen emotionalen Themen? Also das ist ein weiterer wesentlicher Aspekt dieses Pluto-Themas. Macht on Macht, mit dem wirst du sicher auch im Juni konfrontiert werden. Das Nächste, also wir haben ja immer noch Uranus auf Saturn-Quadrat, das habe ich ja schon erwähnt, also der Uranus im Stier, der große Wandler unseres Zusammenlebens, unseres Wohnens. Und der strahlt jetzt auch noch einmal auf den Saturn im Wassermann, das heißt auch diese absolute Wandlung einfach unserer Regeln und Normen. Also die sind da auch immer noch in der Wandlung drinnen. Das ist ja ein Thema, eines der Hauptthemen oder großen Themen dieses Jahres. Aber grundsätzlich soll das alles jetzt da nicht so beängstigend sein oder wenn ich da jetzt sage, jetzt Gewalt. Also es ist eigentlich mehr so eine innere Komponente oder etwas, womit wir uns dann auseinandersetzen müssen oder womit sich jeder einzeln auseinandersetzen muss. Grundsätzlich ist es dieses, auf der einen Seite möchte man raus, möchte, dass was aufgeht, auf der anderen Seite ist das vielleicht noch ein bisschen blockiert. Ich würde da auch aufpassen in dieser Zeit, dass ich sage, ich buche einen Urlaub irgendwo hin. Das wäre da mit Merkur rückläufig, da würde ich einfach noch ein bisschen warten und einmal abwarten, bis es da ein bisschen leicht ist. Also da kann es sein, dass es was für sich, dass man mal Fehlbuchung hat oder so. Also das könnte da passieren. Ansonsten, wie gesagt, es geht, die Tendenz geht leicht auf. Es wirkt alles heller, weicher, leichter. Aber, und da muss ich noch einmal, wie gesagt, das Aber sagen, ich würde mich nicht zu früh freuen, also ohne da jetzt zu pessimistisch zu klingen, aber nicht zu optimistisch zu sagen, jetzt ist alles geschafft und vorbei, weil das, wie gesagt, es werden uns die großen Themen noch länger begleiten und wir sind mittendrin in diesem Auf und Ab und Mal geht es mehr rauf, mehr runter und das ist dann alles nicht so, oft mal nicht so nachvollziehbar. Und achte auf deine Gefühle, das heißt auch, die Venus in Krebs ist auch, hör auf dich rein, hör rein auf dich, wenn du irgendwo nervös bist, wenn du irgendwo eine Unruhe hast, dann nimm das gut wahr und schaue einfach mal, dass du das für dich dann auch gut klären kannst und auch schauen kannst, dass du mit deinen Emotionen, dass du dich wohlfühlst. Die Frage ist, wie fühle ich mich am besten wohl, was kann ich da am besten machen. Das ist also das Neumond-Horoskop für das Monat Juni. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir einen Daumen hoch da, teile das Video, abonniere den Kanal und ich freue mich, wenn wir uns wieder sehen und auch wieder hören. Ich bin Oliver Erini, Astrologe und medialer Energetiker aus dem wundervollen Linz und wenn du mal Lust hast auf eine persönliche astrologische Beratung, du kannst dich ja, die Adresse ist eh eingeblendet, du kannst dir da jederzeit einen Termin ausmachen, gerne online oder auch natürlich live bei mir und dann schauen wir mal ganz persönlich in deine Sterne rein. Tschüss, alles Gute und bis nächstes Mal.